Schwer. Na gut, und zack! Oh man. Ups. So, weiter geht's. In der wunderbaren Welt der Absurdigkeit. Schleimig. Kann man den Bauch auf den Kopf tragen? Nein. Schade. Okay, Spaß beiseite. Ne, hier ist... Das ist totaler Ernst. Oh, ganz ruhig, ganz ruhig. Na, komm. Ihr könnt mir gar nichts. Ich hab'n Laservizier. Trotzdem muss ich aufpassen, Energie ist voll. Ähm, dass ich nicht... Warum ist die Musik aus? Nein, 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 auf diesen Trick falle ich nicht rein. Ähm... Ja. Dieses Laservizier animiert... Ja, ich nenne das jetzt... animiert, ähm, ähm, umzuschießen wie ein, äh, Cowboy. Komm schon. Bitte. Danke. Und deswegen muss ich aufpassen. Oh, fuck, fuck, fuck. Nicht mit mir. Trotzdem muss ich aufpassen, dass ich, wie gesagt, nicht die ganze... Oh, fuck. Die ganze Munition verballere. Okay. Hier waren wir doch, glaube ich, schon mal, oder? Gucken wir mal, das ist so bekannt vor. Gehen wir halt hoch. Ich glaub' immer, dass irgendwas hinter den Bildern versteckt ist. Und wenn auch nur ein kleiner Easter Egg. Leider ist das aber nicht der Fall. Oh, das sieht doch gemütlich aus. Hier gucken wir uns jetzt erstmal ein bisschen um. Oh. Kann man das benutzen? Erhört das. Nein, auch nicht das. Leider nicht. Und das ist ein Stift. Hm. Schön in eine fremde Möbelstöcke reinschauen. Schön fremde Polymere einsammeln. Schön Fernseher mitnehmen. Jetzt will ich ihn nicht mehr. Immer wieder auf der Suche nach Polymere. Das wär's, wenn man die Decke noch hoch machen könnte. Achso, da muss ich wahrscheinlich jetzt dann raus. Alles anschauen. Aber ich glaub' das war's. Da sind das, ähm, Streichhölzer, glaub' ich. Chupua! Boah. Okay. Und raus. Wo muss ich jetzt hin lang? Oh, jetzt hab' ich euch erschreckt, gell? Und dicht mit Absicht. Vielleicht ein bisschen. Hm, Stimpack hab' ich eigentlich genug. Hat sich das gedreht? Nee. Also, ich dachte grad' dieses Rädchen dreht sich. Weiß ich so'n kleines Feature. Oder so. Ähm. Ja, ich schätz' mal, da muss ich weiter. Aber ich will mir das nochmal kurz alles anschauen hier. Okay. Genug geschaut. Ich wollt' Klopfen. Bescheid geben, dass ich jetzt reinkomme. Das war schlecht. Das hat mir wehgetan. Oh, come on. Das waren 30 Hertzschüsse. Ha. So witzig, dass er beim Lachen zusammengebrochen ist. Ja, das heißt, die... Maaannn! Da, da, da! Immer 10. Läuft. Das glaube ich nix mehr. Habe ich da reingeschaut? Ich habe es schon wieder vergessen. So eine Lampe. Ach, ich habe hier eigentlich eine Lampe. Also, ich weiß nicht, so eine Lampe wäre ja nicht schlecht. Ja, komm. Komm zu Daddy. Komm. Ja, komm. Ja, brav. Ja, komm. Und steige hinauf. Lecker. Irgendwie kriege ich Hunger. Auf was weiß ich nicht. Na. Achso. Da muss ich wahrscheinlich weiter. Ich weiß, ich könnte das alles wegmachen, aber ich nehme das als Schutzwall. Oh, fuck. Wie das aussieht. Das sieht so derbe, gruselig und zugleich wundervoll aus. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ja. Ja, super. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. lol ja toll, das ist doch nur Munitionsverschwendung wenn das jetzt umsonst war ich sag dir es dann will ich mein Geld zurück sonst ist hier nichts nein komm oh Alex, du Amateur na gut ähm gib mir jetzt lieber die hier und hab ich hab ne Shorty aufpassen scheiße, wo ist das Polymer jetzt? oh fuck, 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 Oh, 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 oh. Ja, ich weiß, und die Zirnsverschwendung, oh, maß. Aber ich habe gerade Polymerverlorung, das frustriert mich so sehr, dass ich jetzt erst mal Dampf ablassen muss. Danke, da ist es doch. Also, los geht's. Jetzt kommen fiese Viecher. Okay. Stuff-Room, Supplies. Und da ist nachts. Die Leute, da oben laufen die. Ich hätte die, glaub, gar nicht anballern müssen. Das war alles Verschwendung. Also wird die Verschwendung... Und die Angst? Irgendwas ist faul. Irgendwas ist ganz faul. Ich trau diesen Dingern nicht. Ich trau diesen Dingern nicht. Ja, wenigstens hat man die Waffe einen Nutzen. Die Shorty ist jetzt nicht so mein Favorite gewesen. Aber bei einem geschenkten Gausch haut man nicht ins Fressnäpfchen. Gehen wir auch runter runter. Gehen wir in die Mitte. Und dann gehen wir nach oben. Aber ich, ja, ich muss nach oben. Deswegen gehen wir nach unten. Ich lass hier nix aus. Deswegen... Boxflip! Aber was wäre, wenn ich runtergefallen wäre? Aber was wäre, wenn ich runtergefallen wäre? Und... Warum sind das da viele? Und warum gibt's da kein Polymer? Nicht mehr? Fragen über Fragen. Von wo kam ich naar? Ich komme drüber ran. Hier, oder? Also, von da aber... Naja. Ok. Ja, ich bin scheinbar ein bisschen verwirrt heute. Heute, würde man jetzt sagen. Heute bist du verwirrt? Du bist immer verwirrt. Scheiße, ich brauche das nicht. Da wollte ich es hinschmeißen. Ist das... Wie heißt es nur? Ach gut, ich weiß nicht. Was ist das? Ach, ich hätte... Ich hätte... Ja... Ja, machen wir. Wenn das nichts bringt... Dann... Dann nicht. Aber ich habe da so eine Idee. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Munition. Und zwar... Und zwar... Und zwar... Und zwar... Wo ist Igor? Wo ist Igor? Wo ist Igor? Wo war Igor nochmal? Wo war Igor nochmal? Jetzt schon wieder, Alex. Da ist doch Igor. Den habe ich geschluckt. Und... Wo? Nichts. Igor... Gib mal! Gib mal! Danke! Igor, nochmal Ehhhh Oh, keine Munition Igor, nochmal Ich will da reinwerken Igor, nochmal Yes, aber bringt Todeskopf nichts Nö Nichts außer Staub Ja, die kommen da raus Das ist so ein kleines Kleines Scheißnest Ist das Da ist eine Tür Da ist nur Health Potion, glaube ich Ich weiß nicht, ich glaube, da unten ist man Nichts Interessantes für mich Das ist Das soll mich nur animieren, da rein zu gehen Hm, okay Äh, Igor Danke Danke Ja gut Ja gut, ja gut, äh Dann Oh nee Oh nee Oh nee Ah, ich muss runter Ich muss runter In diesen Raum Und hier Scheinbar diesen Schaltkreis Okay, wir machen mal das Ego Ich muss dann da rein Igo Und So 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 What? How are you sure? It's still on the case They never leave them on the case Nice Nice Deine dominanten Hand Und dann? Oh 30 Schuss Okay Aber war da nicht noch eine Kiste? Dichter Ich dachte Boah Fuck ey Du kannst mich mal Die Waffe will ich nicht nutzen Oh Hm Mh 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 Warum will das nicht? Normalerweise geht das doch. So ein verrückter Tag, ey. Wenigstens Munition. Viel, viel Munition. Ganz viel Munition. Alles meins. So nach mir. Zu schwer. Na gut. Und zack. Ups. Okay. Nein, ist die Tür noch zu. Muss ich vielleicht auch das Ding wieder hoch machen? Ne, ne macht ja keinen Sinn. Aber warum kriege ich das da nicht auf? Warum will das nicht? Vielleicht ist das auch ein Bug. Ich wollte es nicht. Oh fuck, das endet schon. Ich bin... Ich bin... Ich hätte eine Granate mitnehmen sollen. Faxen das viele. 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 Scheißegal. Wir müssen es helfen. Und los. Naja, da ist einer. Was gucken wir? Polymer? Keine Polymere. Was könnte ich vielleicht brauchen? Wie komme ich jetzt hoch? Oh, fuck. Hä? Ja, das war komisch. Normalerweise kann man ja Leitern hochklattern. Den war irgendwie nicht so. Ja, flieg runter. Der Christian Bailey. 50. Gib mir mal, Igor. Danke. Ich habe sagenhafte 100 Schuss verschwendet. Was? Das ist echt nicht dein fucking Ernst. Oh, fuck. Oh, fuck. Shit. Dreckscheißviecher, ey. Die Letzten. Lass mal erstmal hochklettern. Und dann? Ich habe einen Stuhl. Tisch meine ich. Jetzt habe ich mit! Ich muss das klappen! Nein! Jetzt habe ich auch, noch! Ja, manchmal schiebe ich das ein bisschen nicht mit der Steuerung. Hoppala. Nein. Nein, Abbruch. Das sind zehn. Oh, nicht. Oh, das ist die Leere. Oh, je, oh, je. Oh, ernsthaft. Oh, je, oh, je, oh, je, oh, je. Oh, je, oh, je, oh, je, oh, je, oh, je, oh. So, raus hier. Oh, je, oh, je, oh, je, oh. Das braucht ein Visier ey, am besten ein Laservisier und dann wäre das eine harmbare Waffe. Die Nase voll von diesem Kack. Ich dachte gerade, ich dachte das funktioniert. Santa Schox. Süß. So, aber jetzt muss das doch. Du 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 du. Nochmal. Und nochmal. ich brauche Munition, 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 Grenadas, nochmal, mach du scheisse, und wenn ich singe, das beruhigt mich, so mal, aha, ja, gib mehr, achso, geht da noch mehr, nö, was heißt, ich muss da runter, super, 40, und nochmal, du, 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 Mann, bin ich mutig, so schnell da durchzurushen, oh, das war knapp, und sagt, Ja, genau, high-tech. Amerika! Ich will da nicht runter.